Ersatzspieler der AK Burgenland U18, die Nummer 23 Jonas Koller, die Nummer 12 Leon Bernhard, die Nummer 15 Wadjet Jakubi, die Nummer 19 Julian Konrad und die Nummer 21 Proton Zegger. Trainer der AK Burgenland U18 Christoph Wortengesser. Schiedsrichter der Begegnung Gerhard Taubeck, Seniorassistenten an der Linie Vati Beidemir und Adler Vellic. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, liebe Gäste, die Fußballakademie Burgenland wünscht Ihnen ein faires und spannendes Spiel. Der Führer. Vielen Dank. Wir sind als erstes schon mal gekommen. Und deswegen war es mir noch ganz gut ausgebildet. Da haben wir noch einen Tost gemacht, ich bin noch einen trockenen Tost. Ich komme ohne Aspirin raus. Ich habe gar nichts, Gott sei Dank. Ihr habt so doch schon etwas vorgespielt. Ja, ich habe zwei, aber das ist eh warm und zwei. So steht die ganzen Tost. Wo ist der Nellsten? Da kommt immer noch auf der Islam. Das liegt, aber ich bin zwar 12 bin oder jetzt, Ne sind bitte sicherlich letztendlich dann? Hier haben wir verschiedene Meter, Das sind wir auch auf den. Hier Na gut hanging geht es hier. Das ist der Nell von Baltimore-L deposits, der thermikumorgänge ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, genau. 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 Ja, ja, genau. 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 Ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, 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 genau. Ja, 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 genau. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Jetzt kann sie an einer Sicht das so verstehen, aber das bringt halt nichts. Das ist so, wie leidig, gut nach vorne, wie wieder. Schöne Zange genommen. Das war noch ein bisschen weniger, sonst wäre es nicht so gut. Ja, das ist der letzte Mal. Habt ihr gedacht? Ja, das ist der letzte Mal. Habt ihr gedacht? Ja. Habt ihr das? Ja. 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 Hände ich es? Ja. Ja. So, bei uns. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.